Musik Alle Jahre wieder, da lädt die Gesamtschule Schermbeck zu einem besinnlichen Weihnachtskonzert ein. Auch in diesem Jahr zeigten Schüler an zwei Abenden in der Aula ihr musikalisches Talent. Ja, dieses Jahr war ein ganz besonderes Jahr. Wir hatten nämlich sehr wenig Zeit. Die Sommerferien haben sehr lange gedauert, dann hatten wir Schuljubiläum und Tag der offenen Tür und insgesamt haben wir so ungefähr vier Wochen Zeit gehabt für unser Weihnachtskonzert. Und da macht es sich unglaublich bezahlt, dass das schon eine lange Tradition ist. Denn wir haben ja nicht unser erstes Konzert und wir sind schon ein recht eingespieltes Team und das ist da sehr von Vorteil. Und die Schüler haben sich wirklich reingehauen und haben es geschafft, innerhalb von vier bis sechs Wochen ihre Texte zu lernen, ihre Stücke zu singen und sind auch sehr kreativ inzwischen und haben eigene Vorschläge. Wir haben immer einen Leitgedanken jedes Jahr. Dieses Jahr ist es der Gedanke, dem Licht zu folgen. Das hat man am Anfang ja vielleicht auch gesehen, die leere Krippe, aber schon das Zeichen des Lichts da. Und vielleicht auch ein bisschen den Aufruf, dass wir uns wieder auf das Wichtige und Ursprüngliche besinnen und nicht so dem Kaufrausch verfallen. Nun schauen wir uns mal an, was den Besuchern in diesem Jahr auf der Bühne geboten wurde. Nun schauen wir uns mal an, was den Besuchern in diesem Jahr auf der Bühne geboten wurde. Geben es Gruppe, dass wir uns aber in diesem Jahr auf der Bühne geboten werden. Geben es迎end Gloria in excelsis Deo Du bist heute im Kabelstor der Heiland geboren, welcher des Christus, der Herr, der Herr. Mary, did you know that your baby boy would come as soon as he's in? Did you know that your baby boy would come as soon as he just won? When you kiss your little baby, you kiss the praise of God. A present's underneath the good old Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me for my dreams. Oh, why says Christmas to me? Amen, amen, amen to thee, my Lord. Amen, amen to thee. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Untertitelung des ZDF, 2020